Jo, servus liebe Leute und Happy Halloween und willkommen zu einer weiteren schnellen und leichten Platin hier mit der Jumping Burger Halloween Edition. Auch wenn Halloween erst in einer Woche ist, bin ich dem Thema ein bisschen treu geblieben und habe mir mal die Maske von meinen Kids ausgeliehen, damit das Ganze auch hier ein bisschen passend ist. Heute, wie gesagt, hier eine Halloween Edition von The Jumping Burger. Ihr seht hier, der Burger ist schwarz. Das ansonsten bleibt hier im Prinzip alles gleich, bis auf die kleine Hintergrundmusik, auf die düstere. Kostet das Ganze wie immer 1,49 Euro. Gibt es für PS4 und PS5 kein Cross-Buy. Achtfach Platin möglich, wenn ihr euch das Ganze noch im Japan, Asien und US-Store kauft. Dauer der Platin hier 3 Minuten. Der Counter muss natürlich wie bei den anderen auch auf 500 kommen. Ich persönlich hätte es besser gefunden, hätte man das Ganze auf 666 gemacht. Die Zahl des Teufels. Aber ja, habe es jetzt eben getestet. Es ging doch nur bis 500. Und ja, ansonsten, wie gesagt, bleibt alles gleich, bis auf eine Sache. Diesmal wird das Gewinnspiel mit in dieses Video einfließen. Es wird also diesmal kein separates Video geben für das Gewinnspiel. Ja, wie gesagt, hier mit im Video zum eigentlichen Spiel. Und ja, diesmal möchte ich von euch wissen, fürs Gewinnspiel, der Teilnahme des Gewinnspiels. Wie viele Zombies habe ich denn hier in meinem Video versteckt? Wenn ihr die richtige Zahl glaubt zu wissen, einfach kommentieren mit der richtigen Zahl. Ihr dürft natürlich auch gern noch einen kleinen Satz dazuschreiben, hinterlassen, wie immer ihr Bock habt. Und ja, das Gewinnspiel geht dann bis am Dienstag. Ja, also da wieder die Auslosung dienstags. Jetzt bei den letzten, bei der Rap Edition, ist es halt ein bisschen anders, weil die da dienstags und donnerstags gekommen sind. Da ist halt die Auslosung dann dementsprechend auf den Freitag gefallen. Also auch auf heute quasi. Und hier bei den Halloween Editions erfolgt die Auslosung dann dementsprechend am Dienstag. Natürlich wird es auch dann eine Turbo-Version davon geben. Die kommt dann dementsprechend am Sonntag, wie gehabt. Ja, also sind wir wieder in den normalen Reihen unterwegs. Ja, und wie gesagt, in einer Woche, Leute, dann ist Halloween. Ja, dann gibt es Süßes oder Saures, Leute. Und ich freue mich schon. Ich bin mit meinen Kindern dann unterwegs. Und mit meiner Frau, wir sind die Senzenmann-Familie. Und Kostüme sind schon bestellt. Und dann ziehen wir um die Häuser, machen Süßes oder Saures. Mal sehen, ob wir die Taschen dann dementsprechend voll bekommen. So, da sind wir auch schon hier bei den 500 angelangt. Da ist die begehrte Platin. Now I'm scared. Und damit war es das schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren. Damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und Servus. Servus. Servus.